Wir waren ja früher als Kinder nicht anders. Wir wollten auch so sein wie die Großen. Ja, grundsätzlich ist das natürlich eine Sache, dass man weiß, man ist irgendwo ein Vorbild. Es macht einen das natürlich stolz und man freut sich, wenn man Jungs oder Mädels mit seinem eigenen Trikot rumlaufen sieht. Das ist immer schön.